Ich mache jetzt schon seit einiger Zeit Liegestütze und das in einem sehr hohen Volumen. Es mag andere Leute geben, die deutlich mehr machen. Bei den Liegestützen ist auch da wichtig, immer wieder sich zu öffnen, zu mobilisieren. Und es gibt da unterschiedliche Methoden. Eine ist eben zum Beispiel auf der Blackroll zu legen und sich zu öffnen. Die andere mache ich gerne mit diesem Stab. Du kennst bestimmt mein Video, Brech die Stange. Das ist ein gutes und ordentliches Video, weil auch die, das ist eine Grundlage für viele Übungen, die ich immer wieder mache. Gut, wie gehst du mit diesem Stab um? Als erstes ein kleiner Test. Der Test ist dafür da, damit du einfach vergleichen kannst, was macht das, was du gerade vorhast. Arme, also Unterarme senkrecht, guter Griff in der Stange. Grundspan und aufbauen, Stange nach oben schieben. Nun mal, runter. Vergleiche dabei, rechte Schulter, linke Schulter, ist eine fester, geht eine leichter. Solche Kleinigkeiten sind da wichtig zu wissen. Dann, hoch schieben, Schultern. Hoch und wieder runter. Hoch und wieder runter. Okay, vielleicht ist dir aufgefallen, eine Schulter ist bei mir etwas fester. Jetzt mache ich eine Technik, die heißt anspannen, entspannen. Dafür ist wichtig, erstmal die Ausgangsposition zu kennen. Die ist, Stab auf Schulter legen, Arm beugen, sodass der Stab hier am Ellenbogen außen anliegt. Ellenbogen ist auf Schulterhöhe, nicht hier draußen, sondern hier vor dem Körper. Und das Ganze mache ich eben in der Anspann-Entspann-Rhythmus. Der ist sieben Sekunden anspannen, zehn Sekunden entspannen. Das Ganze siebenmal. Dafür habe ich einen kleinen Timer vorbereitet, den ich jetzt starte. und ich positioniere mich gut. Was ich jetzt mache, ich ziehe oben dagegen und unten halte ich. Okay, fünf Sekunden noch. Oben ziehe ich dagegen, unten halte ich. Und anspannen, 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 anspannen. Halten, halten, halten und locker. Beim Lockerlassen versuche ich dann hier unten so ganz ein bisschen zu ziehen und spüre, wie weit geht das. Okay, es darf kein Schmerz sein. Unangenehm vielleicht, aber schmerzfrei. Und wieder anspannen, anspannen, anspannen und halten und spüren. Genau. Und lockerlassen. Noch hier wieder. Vielleicht geht es ein bisschen weiter. Noch ein bisschen. Okay, reicht. Und wieder anspannen. Unten hält, oben spannt. Und der Rumpf ist auch hier fest. Schultern tief, Po fest und locker. Wieder versuchen. Gut. Jetzt bin ich bei einem Punkt, wo es wirklich nur noch Millimeter weiter geht. Da auch mit. So bleiben. Und wieder anspannen. Halten, anspannen. Halten, 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 halten. Und wieder lockerlassen. Langsam lösen, lösen, lösen. Warten. Und letzte Mal. Und anspannen. Und anspannen, anspannen, anspannen. Das ist ein bisschen wichtige Sache. Und eben auch für Liegestütze. Und ich gehe langsam hier wieder raus. Auch da, wenn ihr so eine aktive Entspannungsposition macht, Lockerungsmobilisierung. Lasst euch Zeit. Und jetzt hier der Vergleich. Wie fühlt sich das jetzt an, die Bewegung? Hochschieben. Hochschieben. Und hoch und runter. Hoch und runter. Und wieder runter. Okay, dir ist aufgefallen, was daran passiert ist? Wunderbar. Also ich habe das gemerkt, meine rechte Schulter ist jetzt deutlich leichter, als das davor war. Ich habe bei dem ersten Test erstmal geschaut, okay, ja, wie ist das? Welche Schulter ist fester? Eindeutig war das meine rechte. Deswegen habe ich damit angefangen. Genau das Gleiche jetzt auch für die andere Seite. Lass dir dabei deine Zeit. Es kann sein, dass du einfach bei dieser Übung erstmal nur so weit kommst und dass das alles ist, weil deine Schulter einfach fest ist. Okay, ja, lass die Zeit und du wirst merken, über die Tage und über die Ausführung der Übung wirst du immer tiefer und tiefer kommen. Und das Entscheidende ist, immer wieder dran zu bleiben, dran zu arbeiten. Also, probiere es aus, bleib in Bewegung und sei aktiv. Dein Coach Andi Hallo, dir hat das Video gefallen? Wie kann ich die Schulter mit einem einfachen Stab öffnen? Abonniere diesen Kanal und gib mir auf Facebook dein Magisch und du wirst in Zukunft mehrere dieser kleinen Videos finden. Bis dahin, ciao, aloha, dein Coach Andi